Willkommen zurück zu einer neuen Runde Fastest Night, wir starten ein neues Spiel ohne Komplikationen und werden hier die Leute nennen nach dem, ja nach einem netten Vorschlag, Eddie ist die erste Person, die zweite Person wird heißen Dogmeat, so und die dritte Person wird heißen, weil ich könnte lange schon mal raten, der XP-Klauer, so und wenn man nicht weiß, was ich für erstens schon spielen, das sich handelt, ist natürlich dann die Fallout, es geht um, ja, Fallout 3 bezüglich Dogmeat und XP-Klauer und Eddie im Fallout New Vegas, die mich damals begleitet haben, gut, Eddie ist natürlich der kleine Roboter, geht in die Mechanikabteilung, Dogmeat, der pissige Hund geht in die Waffenabteilung und der XP-Klauer, wie soll es auch anders sein, geht, wenn er natürlich nach vorne, weil er dort auch immer alles gemacht hat, um meine XP zu klauen, so, wir werden mal die Waffen aktivieren und gehen in den ersten Sektor, in den ersten Sektor, in den ersten System, okay, wir werden hier mal die Rebellen gleich angreifen, und mit der Artemis auf die Schilde und dann hier mit der Burr-Sklazer auf die Waffensysteme, so, also gucken wir mal, na, wer schieß jetzt erstes, der hat auch dieselben Waffen wie ich, so, aber wir haben besser ausgewiesen, und jetzt brennt er schon, das ist schön, die müssen wir kurz hier angreifen, und jetzt wird auch nicht mehr abbauen können, und dann nochmal schön auf Cockpit, Lebenserhaltung, 8 Niveau, so, 6. Scrap bekommen wir, werden wir wirklich investieren, ein Powerbar, damit wir ausweichen können, besser, und ich bringe mal hier oben hin, denn da sind bestimmt auch schöne Sachen noch, nochmal einen Rebellenfighter, mit Cool-Teleporter, das ist super, da müssen wir gleich auch passen, wieder auf die Schilde und Burr-Sklazer aktiv machen, und ich wusste es, so, 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 wo können wir nicht investieren, hier rein, hallo, also, weil wir hier Man by the Crude, also, weil wie man hier drin ist, können wir das nicht machen, ok, Okay, der Burstlaser nimmt mal auf die Waffensysteme und jetzt gehen wir noch mal hier hin kurz und heilen uns, so bevor der hier komplett großen Schaden raushört. Oh, den haben sie noch mal zurückgeholt. Da werde ich vielleicht mit der Artemis mal hier kurz... So, den Crew Teleporter können sie dadurch nicht mehr nutzen. Und zerstört. So, Dogmeat heizt sich noch mal. Zwei Fuel, acht Scrap, das ist ja echt wenig. Gut, dann heile ich mal Dogmeat. Hab dadurch ein bisschen Kampferfahrung. Du bist auch noch ein bisschen... Pilot-Engie. Ja. So, du hast auch ein bisschen was abbekommen. Und dann sprengen wir. Auf... Nach hier oben nochmal. Was haben wir? Na gut, machen wir mal. Zwei Messels, zwölf Scrap für das Asteroidfeld, was wir durchforstet haben. Oh nein. 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 Aber das Gute ist, der hat noch nicht mal... Der hat noch nicht mal... Der hat ein Clocking System. So. Hier... Obwohl... Hier hin... Bis... Okay. So. Schön und kommen. So. Clocking System. Kann nicht aktivieren. Ei. So. Du. Brauchen wir nicht mehr. Und springen. Und ne. Bevor hier noch mehr Feuer kommt. Hm. Brauchen wir nicht weiter. Chip können wir machen. Mentis. Oder... Wir brauchen einfach kein Service. Also wir können einen Sektor aufklemmen für 17. Wir können die Rebellen... Ob der Stärk ist. Ah. Wir kämpfen hier an euch. Und... Wollen wir sagen... Artemis hier auf die... Schilder. Ich gleich mal hier rauf. Ein guter Avoid-Faktor. Das kann gut ausweichen. So. Die wollen alle gleich abhauen. Schon mal hier hin. Okay. Und zerstört. Drei Fuel. Eindrohung Parts. 15 Scrap. Wir sind so... Skrupellos. Hey Dogmeat. Geh mal in die... Abteilung hier für... Lebensenergie. Da müssen wir ein bisschen was... Bekommen. An Heilung. Und natürlich so viel Scrap wie möglich. Und gerade die Anfangsschiffe sollten wir natürlich mitnehmen. Hallo Dogmeat. Wieder zurück an die Technikabteilung... Äh... Waffenabteilung. Hm... Hier hin. Baut es tatsächlich nur Look Survivor? Nein. Ich nehme nur ein bisschen Scrap mit. Survivor. Da können wir schnell was verlieren. Gehen wir mal hier hin. Oh Gott. Atem ist gleich mal auf die Drohnenstation. Da kann zwar unser Schild nicht wirklich was antun. Geh mal hin. Aber jetzt kann es nämlich ungünstig werden. Aber jetzt kann es nämlich ungünstig werden. Okay. Ähm... Nee. Burstlaser. Und komm... Welch aus? Ah! Okay. Artemis. Waffensystemer. So. Ich will natürlich nicht unbedingt so viel Misses verschießen. Wir haben nur 5 noch. Die Schilder haben sie repariert. Können wir gleich sagen. Geh nochmal auf. Auf die. Und haben sie auch repariert. So. Und muss wieder repariert werden. So. Contact the Federation Ship. Bekommen wir nochmal ordentlich was hinzu. Weil die dir natürlich geholfen haben. In komm Phase. Wie geht's aus mit euren... Der ist auch immer besser hier im Technikbereich. Okay. Mal kurz heilen. Der olle Dockmeet. Und zurück. Sprung. Nicht unbedingt exit. Komm hier lang. Trade. One few for four Misses. Oh. Sehr gerne. Und ich würde sagen, die gehen nochmal zum Store hier. Ja. 94. Bis jetzt ist das natürlich... Äh. Scrap. Was haben wir hier? Automatic Reloader. Wird der Coo-Down reduziert. Mhm. Ja. Ich puste Ship-Shield. Ich kaufe mir den Automatic Reloader. Reparieren alles. Und das muss jetzt mal reichen. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir springen hier unten hin. Und zwar zum Exit kommen. Nein. Nicht schon wieder. So. Erstmal. Ach. Ich hasse es. Ich gehe auch noch die unbedingt. Okay. Ihr sendet erstmal die raus. Die Sachen. So. Hier haben wir gleich wieder Probleme. Jetzt blicken wir den Automatic Reloader. Die Artemis. So. Jetzt erstmal die Waffensysteme. Solaras Feuer kommt. Äh. Solar. Im Pool. Okay. Die wurden zerstört worden. Du operier das gerade noch. Okay. Oder gehst erstmal hier hin. Hier hin. Oh Gott. Wir müssen schnell weg. Auf zum Exit. Ach. Und klar müssen wir hier immer schön feine wagen. Und hier ist noch eine Wolke. Klar. Ähm. Die Artemis. Schilde. Sachen sind hier noch gut. Ja. Jetzt kann ich mal heilen hier. Ja. Klar. Zerstört wieder alles. So. Das ist der Einzige der noch ein bisschen Lebenpunkte hat. Ja klar. Ich muss natürlich die World durch. Ähm. Was? Der ist gestorben? Was? Der ist gestorben? Nebenserhaltung wurde auch kaputt gemacht. Klar. Bremen wir es mit die. Börst. Und äh. Börst haben wir keine Möglichkeit. Zur Lebenserhaltung ist wenigstens wieder in Betrieb. Nein. Das ganze Schiff kaputt ist. Nein. Reparieren. Verdammt. Und der ist gestorben. Weil natürlich Lebenserhaltung auch wieder kaputt gegangen ist. Weil natürlich Lebenserhaltung ist auch wieder kaputt gegangen ist. gut ich würde sagen nächste Runde nochmal restart mit dem dann machen wir das andere Schiff nochmal und bis dahin euch noch einen schönen Tag, ciao